ähm ich bin verwirrt ups bitte ab danke ach ne wie komm ich denn jetzt da hoch jetzt muss man merken wo ich meinen Zug stehen gelassen habe ich glaube den brauche ich noch ja tu dir weh jetzt fall in die Gülle rein super Idee ok anscheinend sind die Viecher sogar teilweise stärker als diese Viecher ok nicht schon wieder runter ach komm hoch ok worauf muss ich hier achten ähm irgendwie ja jetzt bin ich hier aber was will ich hier ich mein ich mein komm gehen wir einfach weiter ich äh bin extrem hier was ok ich hab was war das zu einem Geräusch r 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 stehen hier ist die rakete die mir aber absolut nichts bringt aber da komme ich ich hier lang die Waffe ist echt starr ich werde nicht verspenden wow ich weiß gar nicht dass der hier auch noch ein Sekundar-Modus hat da ballert der nämlich zwei das ist cool ich komme zum verderben nicht hoch aha okay oh halt stopp ich bin nicht aber ich bin fast was ist das was ist das ach das wäre c4 gewesen gut wunderbar gut zu wissen gut zu wissen fail 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 okay ich weiß das war jetzt gerade ein dicker fail ich weiß egal das rakete bringt mir noch nichts das heißt ich muss noch irgendwie andere sachen machen verstehe ich nicht verstehe ich nicht oh fuck nein nicht die Würmer hallo hallo zum teufel bin ich hier ich will hier irgendwie wieder raus was ja ja super jetzt bin ich am arsch der welt ach ne hier war ich doch schon mal ach fick dich okay wunderbar ich würde sagen das ist ein blutegel oder sowas okay gehen wir mal in die richtung oder komme ich nicht komm von da hoppa rüber da ich bin extrem verwirrt da was haben wir denn da da waren wir noch nicht na gut da komme ich auch oh hallöchen wow oh schön hat sich selbst gebrutzelt ok mir ist nichts was mich interessiert anscheinend nur granaten ah ich höre schon was mich hier erwartet ah fuck you k körperlich kenne daten werden geladen ist das denn was ist das denn was ist das denn was soll der scheiß denn jetzt hey was ist das denn scheiße okay 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 Oh Leute, ich krieg hier gerade einen Kram. Oh Leute, ich kann mich verarschen. Oh Leute, ich kann mich verarschen. Vielleicht sieht die falsche Wacht aus, Will. Boah, Scheiße. Ich krieg sehr viel. So. Oh. Was ist das? Ich krieg mich auf den Nerv. Wo ist man? Ich kann doch nur geradeaus fahren. Wo ist mein Ding? Mein Gefährt. Wo ist es hin? Ja, ihr trefft dich ja doch nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? erwischt also ich bin hier diese kleinen flecken sind wenn ich auf lagen drauf trete das ja auch cool ich bin gar nicht da ja vor allen Dingen wie sie mit ihrem scheiß aimbot hier spielen doch einfach kein nerv mehr auf euch gerade ja genau jetzt verstecken sie sich auch schon in den Ecken was war das hier hier ist eh nix drin wieso ist das denn jetzt bitte passiert nein 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 darunter schon danke und da habe ich mich schon wieder fast selbst getötet wunderbar boah bin ich doof ist er weg nein ich werde dich zu doof ihn zu töten das glaubt man doch nicht oder da komm hinterher jetzt reicht's für mich stöp' einfach ja ich will mich ja ich habe mich auf dem los zu laufen ja j 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 ja okay hallo und ich darf ja was ist das denn ja und der trifft natürlich noch bitte medizin ja danke medipacks ich krieg hier noch einen kollapser wo ist denn jetzt mein fahrzeug daten werden geladen ja ja daten werden geladen fick dich daten werden geladen jetzt kann ich nur noch da speichern wo ich schon halb tot bin dieser bahnabschnitt der gefällt mir so sehr ich möchte kinder mit ihm haben hier fährt historisch die eisenbahn irgendwo wieder daten werden geladen ja du mir auch hier bin ich okay das weiß ich immerhin wo ich bin das ist schon mal gut mit ja genau das was ich gerade von dir wollte fix safe und go und noch mal krieg selbst so jetzt ist mich die sache kürz sei dass ich da ein problem habe problem erledigt das war jetzt ein scheiß fehler egal was 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 Du Affe! Okay, alles klar. Achso, klar. Was? Energie jetzt auf 15 Prozent. Oh, ich kriege hier echt gerade hier ins Schwitzen. Ähm. Ja, genau! Weil sonst keine Hobbys. Stimmt. Ansofern ist es dir nicht besser, denn das ist nicht wichtig. Ich möchte zuhören wissen, ob sie das noch schlimmer hingekriegt hätten. Gut. Also, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Viel Spaß mit Videos, euer Hedi.